So, willkommen zur nächsten Frage- und Antwortreihe. Ich hoffe für den einen oder anderen trotzdem ganz interessant. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen. Was hältst du von Tobias Rote? Das hatten wir im letzten Video schon, brauchen wir nicht nochmal. Thema älter werden. Was ändert sich am Stoffwechsel? Wie drauf reagieren, Diät und Sport anpassen? Es ist natürlich so, dass der größte Faktor einfach der Hormonhaushalt auch ist. Das bedeutet, wenn Testosteron ab 30 runter geht, solche Dinge. Dadurch ändert sich natürlich auch der komplette Stoffwechsel. Er wird vielleicht ein bisschen langsamer. Es liegt aber auch immer an der Lebensweise desjenigen. Du kannst auch als 60-Jähriger noch schön Marathon laufen, Krafttraining machen, solche Dinge. Alles überhaupt kein Problem. Und dementsprechend steht dem Sport und der Diät oder der gesunden Ernährung nie irgendwas im Wege. Und man kann nie sagen, okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Weil es gibt auch viele Leute, die mit 60 erst angefangen haben, irgendwie Kraftsport zu machen, einen Marathon zu laufen, haben dann trotzdem noch abgenommen, haben trotzdem noch Muskulatur aufgebaut. Das ist alles nicht so schlimm. Es ändert sich natürlich einiges, das ist klar. Das heißt, dadurch, dass die Hormone eben auch so ein bisschen runterfahren, kann man eben vielleicht nicht mehr so gut Muskulatur aufbauen. Ihr habt auch nicht mehr so den Vorrat an entsprechenden Satellitenzellen oder grundsätzlichen Zellen, die dann eben die ganzen Bänder, Knochen, Muskeln und so weiter aufbauen. Und dementsprechend muss man da natürlich dann auch ein bisschen Abstriche machen und kann jetzt eben nicht sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht nochmal die 100 Meter, wenn ich mit 60 anfange, dann in 11,0 laufen oder sowas. Das ist natürlich auch klar. Ja, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, genau das Gleiche zu machen, was ein Jüngerer macht. Vielleicht nicht in dem Umfang, vielleicht ein bisschen mehr Regeneration zwischen den Einheiten. Ich muss auch, wenn ich älter werde, sollte ich ein bisschen mehr darauf achten, da die Magensäure auch ein bisschen zurückgeht und solche Sachen. Gerade ältere Leute, dann eben mehr Protein zu konsumieren, vielleicht noch ein bisschen mehr genauer auf die Ernährung zu achten, solche Dinge. Da muss man schon ein bisschen natürlich das anpassen, aber grundsätzlich ist es nicht so großartig anders. Wann hast du mit dem Laufen angefangen? Das habe ich, ich habe Sport eigentlich schon immer gemacht. Ich habe mit 5, 6 Jahren oder so habe ich mit Judo angefangen. Dann war ich schwimmen, dann war ich im Fußballverein. Und dann bin ich mit 13 oder sowas bin ich dann in die Leichtathletik gewechselt, habe da eben sehr viel Kurzstrecke gemacht, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 400 Meter hauptsächlich. Da war ich dann irgendwann mal 49 Sekunden und ein paar zerquetschte, ganz gut dabei. Auch mal internationale Wettkämpfe, auch mal deutsche Meisterschaften und so da mitgelaufen. Also in der Jugend war das dann noch. Und ansonsten, ja, ab dann gelaufen, immer auch alle möglichen Volksläufe, Straßenläufe gemacht und habe mich dann eben bei verschiedenen Läufen immer angemeldet, mitgemacht. Egal, ob es jetzt Hindernisläufe waren, ob es jetzt mal Marathon war, ein Ultralauf. Ich mache einfach alles, was mir Bock macht. Ich könnte mich natürlich auf eine Sache konzentrieren, aber da habe ich auch keine Lust drauf. Das ist auch ein bisschen eintönig. Das heißt, ich laufe jetzt Sonntag, laufe ich den Marathon in Münster. Eine Woche später laufe ich dann wieder 5 Kilometer irgendwo anders. Und dann laufe ich eben in Getting Tough, dann laufe ich in den Ultra in Steinfurt. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Dann mache ich mal ein Triathlon und so weiter. Und ja, aber mit dem Laufen explizit angefangen habe ich mit 13 ungefähr. Aber mit dem Sport generell auch schon mehr, ich sage mal, ja, mehr Umfang, leistungsorientiert in der Hinsicht, dass ich dann eben wirklich voll in den Sport reingegangen bin. Auch schon vorher mit verschiedenen Sportarten. Hatte aber keinen Bock auf Fußball, weil die eben auf dem Dorf hier nur saufen. Und ja, so auf jeden Fall der Werdegang. Tipps für Diabetiker ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache. Natürlich bist du die Typ 1, Typ 2 Diabetiker grundsätzlich. Aber die Kohlenhydrate reduzieren ist eine sehr gute Sache, damit man den Blutzuckerspiegel erstmal in den Griff bekommt. Auf gesunde Fette umsteigen, eventuell gucken. Häufig sind Diabetiker auch übergewichtig, dass man eben mit dem Gewicht runtergeht. Das hilft schon sehr gut dabei, wieder insulinsensitiver zu werden. Also das Gewicht erstmal runter, sich mehr bewegen, sportlich betätigen, damit eben auch Insulin in der Muskelzelle dann ordentlich wirken kann. Ansonsten, wie gesagt, Kohlenhydrate runter, Protein vielleicht ein bisschen hoch, damit man eben auch gesättigt ist. Auf gesunde Fette setzen, das Übliche eigentlich. Und ansonsten natürlich sehr viele Sachen individuell. Kann dir jetzt natürlich hier keine konkreten Anweisungen für irgendwas geben. Da müsste man eben individuell gucken. Einfach mal bei mir auf dem Kanal suchen. Ich habe ein Video mit einem Typ 1 Diabetiker, aber auch Typ 2 Diabetes, Prä-Diabetes und solche Dinge mit meiner eigenen Oma schon durchgegangen. Wo wir die Ernährung umgestellt haben und alles dann im grünen Bereich war, funktioniert. Hast du außer YouTube deine Webseite einen Job bzw. wie finanzierst du dein Sportlerleben? Also es ist teils, teils. Ein Teil kommt natürlich hier mit YouTube rein. Das ist aber ein sehr kleiner Teil, dass wenn es mal gut läuft, ist das vielleicht mal im dreistelligen Bereich, wenn man da mal über 100 Euro kommt. Und man muss natürlich immer berücksichtigen, man muss es von der Steuer noch, dann muss man halt dann steuerlich noch Geld machen und solche Sachen. Das ist ja alles das, was ich damit angeben muss. Dann hat man natürlich die Einnahmen bei Patreon. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich sehr froh darüber bin, dass die Leute mich da unterstützen. Denn ohne Patreon und die Unterstützung, die ihr mir eben gebt, könnte ich die ganzen Sachen gar nicht machen. Ich könnte definitiv nicht die Aufklärungsvideos machen, wo ich eben jederzeit auch mit rechnen muss, dass mich wieder irgendjemand abmahnt oder anzeigt oder was auch immer. Das finde ich aber eine sehr wichtige Arbeit, weil die sonst keine Sau macht. Genau aus dem Grund, weil sie eben alle Schiss haben. Und ansonsten die ganzen Videos hier natürlich auch kostenlos sind. Es gibt keine Werbung in der Mitte und nur außen und ja außen, also am Anfang und am Ende des Videos. Ansonsten habe ich natürlich die Bücher, die ich geschrieben habe, beziehungsweise die Programme, die ihr unten in der Videobeschreibung alle findet. Bei Amazon habe ich auch ein paar Links, aber das ist auch nur niedriger, zweistelliger Bereich. Also da kommt jetzt auch nicht viel rum, wenn man über den Link großartig bestellt. Da müsste man schon direkt was bewerben, denke ich mal, weil normalerweise gehen die Leute nicht auf ein Video und sagen sich, okay, ich kaufe hier über den Pugel-Link jetzt. Da müsste man schon irgendwas direkt bewerben. Ich musste YouTube, ach YouTube, Amazon, sowieso habe ich mein Konto sowieso komplett gesperrt, weil eben ich damals von den Bioscan-Unternehmern dann eben die Anzeige bekommen habe und die dann eben was mit den Amazon-Links, der nicht richtig gekennzeichnet war, hier bla bla bla, kennt ihr ja die Geschichte, dann eben abgemahnt haben. Da hatte ich eben das Konto gesperrt und dann kam eben auch gar nichts mehr rein darüber. Und sonst arbeite ich beim Sportamt in Münster für den Münsterland-Giro. Das heißt, ich mache Event-Management. Ich kümmere mich da eben um den Messeplan beispielsweise, um die Messe, um die ganze Logistik. Da mache ich eben den Workflow optimieren und solche Dinge. Und da arbeite ich dann eben auch noch mit bei solchen Events. Ab und zu auch auf Mallorca bei Events, bei einer Event-Firma. Live Experiences heißt die. Und ja, ansonsten fange ich jetzt auch wieder an mit Ernährungsberatung. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, ich habe das jetzt wieder so ein bisschen aufgebaut. Das musste ich ja auch erst auf Eis legen, weil es da ja Gemecker gab, auch von der BioScan-Unternehmensseite da. Und dementsprechend fange ich jetzt wieder an mit der Ernährungsberatung, weil ich sowieso Bücher raus habe und als Ernährungsberater gelte, ist das ja dann eh egal. Heißt, wer Ernährungsberatung gerne möchte, ein Individuum planen, der schreibt mich gerne an. Den schicke ich einen Link zu. Da findet ihr dann alle Informationen, was es kostet, was dann gemacht wird, was individuell ist. Alles wird von mir selber erstellt. Das heißt, ich habe keine Mitarbeiter oder sowas, die da mit reinfuschen. Ich mache das alles selber. Ihr bekommt ein persönliches Video und so. Und dann könnt ihr das eben auch gerne wieder bekommen. Mit Trainingsplänen eher im Laufsport bin ich jetzt mit jemandem dabei, das Ganze mal so ein bisschen auszuklamüsern. Also mit jemandem, der einen Trainingsplan von mir wollte. Mit dem mache ich jetzt so den ersten Durchgang. Wir gucken mal, wie das läuft, wie ich das am besten organisieren kann. Und dann eventuell auch Trainingsplanung, aber hauptsächlich Ernährung. So, also das dazu. Ja, es reicht zum Überleben. Es reicht, um die Grundbedürfnisse, um die Miete und so weiter zu zahlen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir irgendwie was ansparen könnte, ein Haus kaufen könnte oder sonstige Dinge. Das ist bei mir plus minus null. So. Letzte Frage. Der Alkoholtester liegt fast immer bei 0,2, 0,3. Reicht das für Keto aus? Ja. Kurze Antwort. Sobald das Ding irgendwas anzeigt, macht euch keine Sorgen. Und ansonsten einfach mal ein Video gucken mit Ketone messen. So. Wenn euch sonst noch etwas interessiert, schaut in die Videobeschreibung. Kommt gerne auf den Discord-Channel. Da könnt ihr mitdiskutieren. Noch weitere Fragen stellen. Bekommt ihr auch Antworten von anderen und von mir. Und ansonsten, wenn ihr mich eben unterstützen wollt mit diesen Videos, gerne bei Patreon. Da wird euch einfach nur monatlich irgendwie, je nachdem, was ihr spenden wollt, das ist euch überlassen. Entweder ein Euro oder 5 Euro oder 20 Euro. Das tut euch nicht weh. Aber in der Summe ist es dann eben auch eine Sache, die euch hier viele Informationen bringt. Kostenlos. Und dementsprechend wäre das natürlich auch super. Eure Kommentare, Fragen gerne unten rein. Und Daumen hoch nicht vergessen.